Jo, hey Leute, ich habe tatsächlich schon wieder eine Batterie gebaut. So schaut sie aus. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich nochmal die Sachen, die mich bei der letzten noch nicht so zufrieden gestellt haben, weil ich die noch verbessern wollte. Deswegen jetzt hier diese 20 Schussbatterie. Dann hier habe ich nochmal hingeschrieben, was alles drin ist. Was eben einmal vier Effektbombetten mit roten Sternen, vier Effektbombetten mit gelben Sternen und zweimal welche mit roten und gelben. Und eben zwei Titan-Saluts noch. Also ich nehme die mal dafür her, wie bei so einem richtigen Feuerwerk, am Anfang und am Ende einen Salutschlag. Und eben diese 8x weißen Titan-Kometen. Das ist das, was ich zum Beispiel bei der letzten mit den roten versucht habe, aber was nicht so gut geklappt hat. Hier hinten noch wieder ein bisschen Gelaber, wie auch bei der letzten. Genau. Ich hoffe mal, dass es alles so funktioniert. Oh-oh. 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 Das war's. 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 Das war's.